ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab auch nicht ein... Sieht euch jetzt ein bisschen rein? Ah... Ich hab die selbe so... Ja, einfach singen. Gut... Ich schau, wo mein Schwein bleibt. Wo sind die anderen? Schwänzt sie sich wieder? Ja... Wie immer, es kommt keine Antwort. Fabienne, ich wusste, dass sie zu spät kommen. Ich hab sie schon eingetragen. Heute beginnen wir mit dem Thema... Noten. Was ist denn eine Note? Ihr könnt auch... Wer ist alle nach Hause gehen, wenn ihr eurer App in den Schatten wollt? Wieso sind die Bücher nicht ausgepackt? Wo sind die Filadkässe? In meinem Unterriss wird das getrunken. Aber es ist doch nur Wasser. Immer noch. Kein Trinken im Unterriss. Ich hab für euch... ein Arbeitsblatt mitgebracht. Die sollt ihr heute erledigen. Reise dahinten! Danke. Danke schön. Wer hat das auf der Tappe gemalt? Wer war es? Ich will deine Antwort hören. Wenn keiner sagt, wer es war, bekommt ihr alle eine Sechs. Ja? Warst du es? Komm nach vorne, du musst jetzt singen. Die Noten. Ähm, was muss ich dann singen? Etwas singen? Sing etwas vor. Nach vorne, vor die Tafel bitte. Falls, nochmal. Da von vorne. Falls, sing etwas, was anderes. Sie sind eine Niete. Sie können nicht mal singen. Bis zum nächsten Mal. Laufe schankt. Wir haben ein bisschen in der Tafel. Ich bin ein bisschen in der Tafel. Wir sind ein bisschen ein Nappy-Hitier. Ich bin ein bisschen in der Tafel. Wenn mein einzig Worte war, was für Weihnachten, was mein Worte sein. Wie sein Worte sein. Ich bin doch noch nicht weines Worte. Wir sind ein bisschen glücklich. Wir sind glücklich mit dem der Tag die Tag bring. Ich wünsche mir die Tafel wieder. Could come back once more, why did those days ever have to go, I wish those days Could come back once more, why did those days ever have to go, cause I love them so Mayer, I think you can't see it How are you talking about me? Go straight out of the underpants What should that be? Never come back again Yes, all right When you take a look, why did those days never have to go, why did these days? I wasn't doing anything I wasn't happy Why are you sleeping with a sensible And IGregz Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Zeit ist um. Die Sifter zur Seite legt. Wieso steht auf der Zelle gar nichts? Wieso steht da nichts? Das ist jetzt mal euer Name drauf. Habt ihr wieder geträumt? Wieso steht da? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020